Yo Leute, Enes Benatirah hier. Diesen Freitag findet das Benefizspiel gegen den Berliner AK statt. Leute, ich hab Baba Nachrichten für euch an alle Berliner und die hier in der Nähe wohnen. Morgen um 18 Uhr spielen wir gegen meinen alten Verein. Das ist ein Benefizspiel. Alle Einnahmen werden an die Erdbebenopfer in der Türkei gespendet. Tickets gibt es bereits ab 10 Euro. Gerne könnt ihr aber auch mehr spenden. Sichert euch jetzt eure Tickets. Alle Einnahmen werden in den Erdbebenopfer in der Türkei gespendet. Bu Cuma der Bremseneler için Berliner AK ile matchmız var. Ich erwarte euch zahlreich. Unterstützt dieses Spiel. Lasst den einen oder anderen Euro da. Die Menschen, die dort vom Erdbeben betroffen sind, haben es bitter nötig. Also kommt vorbei, habt Spaß und unterstützt dieses Spiel. Liebe Grüße. Hallo Fans. Ich hoffe, ihr habt euch die Tickets für das Benefizspiel gegen Erda gesichert. Mit dem Verkauf von 500 Tickets können zwei Container errichtet werden. Den Link findet ihr hier unten. Ihr wisst mir scheid. Wala, ich bin aufgeregt, Leute. Ich war zwei Monate raus und ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich morgen schon spielen darf. Wissen Sie, wie ich meine? Ich freue mich. Maç'in tüm geliri, Türkei'deki Depremzedelere bağışlanacak. Hallo Fans. Ich hoffe, ihr habt euch die Tickets für das Benefizspiel gegen Erda gesichert. Final Saffaik. Bu maç'in tüm geliri ile konteyner evlerden ulaşan bir semt uluşturalacak. Ich hoffe, ihr habt euch die Tickets für das Benefizspiel gegen Erda gesichert. Ich hoffe, ihr habt euch die Tickets für das Benefizspiel gegen Erda gesichert.